AgriParts entwickelt Halbzeuge und Fertigteile aus Guss mit einem hohen Maß an Erfahrung, Know-how und Engagement. Die Optimierung und Fertigung kundenspezifischer Produkte unterliegt bei uns höchster Geheimhaltung. Alle Dokumentationen, Zeichnungen sowie Muster verlassen nicht unseren Firmenstandort in Deutschland, denn der Schutz ihrer Daten und ihres Know-hows ist uns ein besonderes Anliegen. Das Joint Venture, das wir zusammen mit unserem langjährigen chinesischen Partner ZYD bereits 2009 gegründet haben, ermöglicht uns kundenwunschorientierte Produktionen zu attraktiven Konditionen. Am Firmensitz im ostchinesischen Gaomi werden auf über 50.000 Quadratmetern Produktionsfläche aktuelle CNC-Bearbeitungsverfahren sowie verschiedene Gießverfahren umgesetzt. Moderne Qualitätskontrollen und Prüfverfahren sorgen für einen optimalen und gleichbleibend hohen Produktionsstandard. Kontinuierliche Investitionen vor Ort sorgen für zusätzliche Fertigungsmöglichkeiten sowie ein hohes Maß an Flexibilität und Produktivität. Zum Portfolio gehören Teile aus den Bereichen Stahlguss, Eisenguss und Aluminiumguss. Auch die Rohlinge für die Xtremecast-Serie von AgriParts, welche Ersatz, Verschleiß oder Bauteile für nahezu jede Form der Beanspruchung umfasst, werden bei ZYD gefertigt. Darüber hinaus gehört zu unserer Unternehmensphilosophie, kontinuierliche Investitionen in den Personen- und Umweltschutz etwa in Form eines intensiven Umwelt- und Energiemanagements vorzunehmen. Das Vertrauen namhafter Erstausrüster und Großhändler aus verschiedenen Bereichen ist unser Ansporn. Ihre Zufriedenheit ist unser Ziel.